So, fangen wir an. Hallo von der Spiegelton und willkommen bei U-Boat. Dieses Spiel kommt in den Early Access am 31. April dieses Jahres. Ich habe schon damals bei Baker das supported. Also es ist wirklich, man sieht, das ist die Baker-Demo, aber das NDA wurde halt geliftet am 14. April. Seitdem wurde halt ein bisschen gepatcht wieder. Es ist ein Sandbox-Survival-U-Boat-Spiel. Also man hat sein eigenes U-Boat und ist auf der Jagd nach Marine im Mittelmeerraum. Moment, Mittelmeerraum? Ne, im... Ach, verdammt. Wir sagen jetzt einfach mal vor der britischen Küste eigentlich überwiegend. Und muss sich um die Design-Crew kümmern. Es geht ganz viel um Moral, es geht ganz viel um Ersatzteile. Man kann das U-Boat ein bisschen modifizieren auch mit der Zeit, weil man ja Prestige und Geld kriegt mit der Zeit. Und ich habe das Tutorial bis zur Hälfte nur abschließen können, weil was kaputt gegangen ist. Und das Ganze soll halt mit unterschiedlichen Missionen, sag ich mal, so ein bisschen aufgelockert werden. Du fährst halt immer vom Hafen raus, so ein bisschen wie Silent Hunter damals. Aber wer jetzt denkt, es ist ganz genau wie Silent Hunter, das stimmt nicht. Es hat so ein bisschen Anleihen daran, wird man auch nachher sehen. Nur, es ist halt schon sehr viel Crew-Management. Im Atlantik, danke schön. Nicht im Mittelmeer, ich war zu viel bei Makedonien von Imperator Rome. So, deshalb starten wir in Sandbox-Modus. Wir machen aber keine Kilometer und Kmh, sondern gemischt mit Kilometer und Knoten. Also Geschwindigkeit in Knoten, Reichweite in Kilometer, das finde ich am angenehmsten. Wetter und so weiter lassen wir drin. Manuelle Ausstattung mit Gegenständen, das lassen wir weg, weil sonst musst du wirklich mit dem Ingenieur und medizinischem Personal immer wieder ins Lager laufen und die ausstatten mit Medizin, bevor die irgendwas machen können im Schiff. Und das ist halt super ätzend. Das ist dann der super Realismus-Modus, sag ich mal. Und starten das einfach mal so. Der Clou hier dran ist, dass du einmal aus der Ego-Perspektive spielen kannst. Und alternativ kannst du, ähm, aber aus der Seiten-Perspektive, aber auch mit einer Außenkamera. Es ist noch ein bisschen buggy. Ich habe gestern Nacht einmal Sandbox hingespielt und halte das Tutorial bis zur Hälfte. Deshalb werde ich wahrscheinlich auch Fehler machen. Ich kann auch nicht alles perfekt erklären. Und es ist halt noch eine Early-Access-Version, die halt dann fertiggestellt wird, sobald jetzt der Verkauf losgeht. Aber die wollen wohl noch dieses Jahr fertig werden. Und mir ist gestern schon aufgefallen, dass das 8mm-Geschütz auf dem Deck nicht gut funktioniert. So ein paar Bewegungen von der Crew sind ein bisschen merkwürdig. Und ich hoffe, er stürzt jetzt nicht ab beim Laden des Spiels. Vorführeffekt. Ah, geht doch. Ach, ich starte direkt im U-Bot. Aber, ähm, das ist unser U-Bot. Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir, äh, natürlich, für wen willst du sonst spielen, außer Deutsche. Ähm, es ist auf jeden Fall von den Modellen recht detailreich. Und wenn du halt reinzoomst, kannst du mit, äh, geht halt die Wand an der Seite so weg. Ist halt ganz cool gemacht. Und kannst halt mit deinem Offizieren arbeiten. Aber du hast auch eine gewisse Crew hier vor Ort. Die sieht man halt hier überall rumstehen. Und du kannst halt deinen Offizieren Crew-Member zugreifen, äh, zu, äh, zu, mein Gott, zuweisen. Das kannst du einmal hier unten rechts über die Option machen. Moment, ich muss mich ein bisschen verschieben. Im Video hier und, äh, im Video, im Stream mal eben. Will jetzt kein Interface hier verdecken. Und, ähm, diese Crew-Männer unterstützen den Mann dann bei der Tätigkeit. Das ist alles sehr klein, weil das Interface noch nicht, äh, noch nicht, äh, ja, noch nicht auf 1.440p angepasst ist. Deshalb werde ich relativ viel vorlesen. Also, der lädt halt Torpedorohr und wenn du einen Seemann dazugibst, macht er eine 300-prozentige Geschwindigkeit, um dieses Seerohr zu laden hier vorne. Und die wärmen die Torpedos auch auf, damit die, ähm, also, das senkt ja die Möglichkeit, dass das ein Dummy ist. Und das ist halt alles ganz schön animiert. Hier wird das jetzt auf der Schiene, wird der Torpedo eingeladen. Und es ist auch, sag ich mal, von der Anzahl der Torpedos, die man mitschleppt und so weiter, das ist alles super realistisch. Finde ich schon sehr gut. Und du kriegst halt auch immer Feedback von der Mannschaft. Jetzt sind wir natürlich im Haupthafen, wo unser, ähm, zum einen steht hier unser Wolfgang-Meyer-Rekrutierung zuständig. Wir haben Hans Fischer im Lager und es gibt hier den leitenden Offizier Klaus Schmidt. Jetzt kann er zu dem Lager sagen, Kalloi, zeigen Sie mir doch bitte, was Sie haben. Oder ich will mein Schiff verbessern, aber da ist noch nicht viel drin, deshalb lohnt sich das jetzt nicht, da großartig reinzugucken. Ähm, und kannst dann halt Ausrüstung einkaufen. Du kriegst halt hier so ein gewisses Budget an Punkten. Jetzt sehen wir, Lebensmittel gibt's, wir müssen halt auch darauf achten, dass unsere Crew genug zu essen hat. Äh, Munition für das Deckgeschütz, Kraftstoff kaufen, theoretisch. Ah, wir können mal voll tanken. Äh, Torpedos kaufen und einlagern, kosten auch ein bisschen Geld. Sehen wir auch, das sind alles, äh, achso, elektrisch und dampfgasgetriebene Torpedos. Ah, ich hab sogar zwei Slots noch frei. Im Bug-, also, beziehungsweise Bug-Torpedolager. Und dann haben wir noch ein Heck-Torpedo. So, Gegenstände. Man kann den Kampfhelme aufziehen, dann sind die ein bisschen geschützt vor im Gehfeuer. Ist ganz praktisch, wenn du an Deck am Geschütz stehst. Da haben wir aber auch im Schrank schon welche, beziehungsweise einen für den Deckschützen. Wir haben einen Tauchanzug dabei, weil es gibt auch Missionen, da musst du zu Wracks runtertauchen. Du siehst, das Wrack geht jetzt letztendlich nicht unter Wasser. Aber ein Mann muss dann rüber und sich abseilen lassen und so weiter und so fort. Also sie versuchen halt das schon so ein bisschen dynamischer zu machen, dass du nicht nur, äh, rausfährst, um irgendwelche Schiffe zu jagen. Äh, dann haben wir natürlich den Wolfgang Mayer hier. Da können wir einmal rekrutieren. Aber wir sind ja eigentlich voll. Schläger, wenn es zum Kampf kommt. Ein deutscher, österreichischer Abstimmung. Hm, 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 hm. Äh, und wir können natürlich, äh, auswählen, welche Leute wir zum, also als Besatzung mitnehmen werden. Das Ganze hat auch noch, dass jeder einzelne Offizier Skillungen hat und Fähigkeiten, die er dann steigert mit der Zeit, weil er sammelt EP auf den Missionen. Ich versuche jetzt wirklich alles hier mal reinzunehmen. Wir sehen halt, der hat eine als, äh, also er ist eigentlich Wachoffizier, kann halt, ähm, als befehlzame Offizier Leute ermahnen. Und du, äh, und der kann halt als Koch eingeteilt werden, weil der halt Fähigkeiten dafür hat. Und, äh, und du siehst halt, du kannst 18 Besatzungsmitglieder haben. Und, äh, 5 Offiziere. Das kannst du später steigern. Also, das, äh, kannst du hochlemmern. Wir gehen jetzt zu Klaus Schmidt. Der BDU wird viel über ihre letzte Patrouille, da wird viel über ihre letzte Patrouille geredet. Übrigens, meine letzte Patrouille, wenn er wirklich die Patrouille von gestern meint, sind alle meine Leute gestorben. Ich will nicht erzählen, wie, warum. Das ist übrigens hier die Gefallen. Mit Ansehen kannst du halt die Besatzung spezialisieren und die Offizierzahl erhöhen. Und mehr Offiziere kannst du dann natürlich mehrere, äh, Posten besetzen. Aber dafür haben wir noch nichts, weil Prestige sind wir auf Null. Und jetzt gucken wir uns mal die Befehle an. Und jetzt sollten uns eigentlich drei Aufträge gegeben werden. Und es gibt zum Beispiel das typische Patrouillieren. Aber ich hatte gestern zum Beispiel eine Mission, da sollst du einen Agenten an die britische Küste bringen. Und dann, äh, infiltriert der einen Hafen. Davon siehst du natürlich nichts, aber du sollst halt die Hafenpatrouillen ablenken. Und musst den Hafen mit einem Torpedo beschießen und dann fliehen. Hat nicht so gut geklappt. Aber es war ganz nett auf jeden Fall. War mal was anderes. So, 2000 Kilometer in dem markierten Gebiet fahren. Eine ganz normale Patrouillenaufgabe. Generell kümmern sich übrigens die Leute teilweise automatisch um ihre Bereiche. Wir sehen, der Herr Kohler, der ist hier hinten der Kombüse zugeteilt. Und ist am Kochen. So, Übersichtskarte. Das U-Hoot ist zum Glück so schlau, dass wir nicht aus dem Hof, also beziehungsweise da raus manövrieren müssen. Wir sehen aber, wo unser Gebiet ist. Hier ist unser Patrouillengebiet. Und du kannst einfach mit Shift halten, will ich die Markierung durchziehen. Und sobald wir auf dem offenen Meer sind, früher wie bei Silent Hunter, verändert sich die, ähm, Beschleunigung der Geschwindigkeit massiv. So, dann geben wir mal ein bisschen halbe Fahrt. Dementsprechend wie viel und wie schnell du unterwegs bist, hast du nämlich auch einen höheren Spritverbrauch. Dadurch, dass ich bei den Motoren einen weiteren Seemann eingesetzt habe zum Offizier, spare ich aber 10% Sprit ein. Hier unten haben wir übrigens auch eine Anzeige für, ähm, zum Beispiel beim Neumann hier unten, wie fit der ist. Also beziehungsweise die müssen auch schlafen zwischendurch mal in ihren Kajüten. Hier nochmal was ansehen noch. Wir haben die Moral der Mannschaft. Wenn die Offiziere viel zu tun haben, dann verleihen die ein bisschen. Es wird aber gerade gekocht, deshalb geht es denen besser. Und die Beleuchtung ist auch normal, plus 10%. Wenn man dann aber auf Alarm ist, muss man die Beleuchtung umschalten. So, Sauerstoff ist maximal, Kraftstoff nimmt natürlich jetzt ab und unsere Energie wird natürlich aufgeladen, weil der Dieselmotor gerade läuft. Und wir brauchen ein bisschen was wegen dem Kreiselkompass. Ohne Kreiselkompass kannst du übrigens die Karte nicht benutzen. Du kannst auch hier so ein paar Zeichnungen machen, so diese typischen Kartensachen, ne. Guckst du mal, machst ein bisschen Kreise, machst ein bisschen, äh, Winkel gucken, berechnen. Und so weiter und so fort. Wer sich damit auseinandersetzen will, gerne. So, unsere Mannschaft fährt jetzt raus. Und da weiß ich noch, damals bei Silent Hunter musst du immer aufpassen, dass du erstmal ganz nah im Hafen die Wegpunkte setzt. Also hier sind sie, glaube ich, so schlau, dass die immer vernünftig aus dem Hafen rausfahren. Jedenfalls ist mir noch nicht aufgefallen, dass man da besonders drauf achten muss. Ich bin noch nicht gegen irgendwas gefahren. Aber zusätzlich sind schon Feinde gegen mich gefahren, aber darüber möchte ich auch nicht reden. Das war auch eher aus Versehen. Ja. So, er hat jetzt nichts mehr zu tun. Ah, ne, doch. Ah, der macht jetzt Torpedo-Wartung. Der wärmt die Torpedos auf, damit die keine Blindgänger wäre. Also, die Gefahr gesenkt wird, dass die als Blindgänger explodieren. Ah, jetzt hab ich meine... Das ist übrigens ganz doof, finde ich. Da müssten die noch was machen, dass der Rechtsklick da nicht so massiv wirkt. Weil du verklickst dich einmal und hast dann da oben so ein Problem. Wir sehen auch genau, wie viel Sicht wir haben. Zum Beispiel andere Flotten zu melden. Dafür kriegst du auch Prestige. Und jetzt sind wir auf offener See. Jetzt läuft alles ein bisschen schneller. Was aber so ein bisschen komisch ist, was du bei Silent Hunter damals nicht hattest, ist, dass du... Ich glaub, du hast immer so ein paar Ladesequenzen hier drin. Also, wenn du auf die offene See gehst, also man merkt, dass das schon so ein bisschen gesplittelt wurde. Also, in Map-Karten, du siehst zwar die ganze Karte, aber irgendwann wechselst du halt die Karte auf eine andere. Und da muss halt kurz nachgeladen werden. Ich weiß aber nicht, wie groß diese Abschnitte sind. Das sieht man halt immer zwischendurch, wenn er meint, okay, jetzt fährst du genau jetzt hier auf offene See. Gebiet wird betreten. Nördlicher Atlantik lädt. Nördlicher Atlantik lädt. Deshalb, du könntest viel machen. Unbekannte Übertragung. Die können wir jetzt abhören. Also, ich hatte noch keine unbekannte Übertragung, aber wir... Unsere Funker werden dir jetzt wahrscheinlich abhören. Gruppe entdeckt. Kleine Gruppe von einem... Ach, wir haben jetzt schon eine Übertragung von einer kleinen Gruppe abgefangen, die da in dem Gebiet irgendwo ist. So, und wenn wir übrigens jemanden doppelt anklicken, können wir aus der Ego-Perspektive des Offiziers rumlaufen. Und auch spielen. Also du kannst halt auch jetzt einfach die Tanks bewässern, aber das Ding berühre ich jetzt nicht so viel. Das ist immer kritisch. Du kannst dem Schinken einen Kopfstoß geben. Du kannst mit der Mannschaft Karten spielen, aber hier gibt es kein kleines Spiel mit drin. Lager öffnen. Und hier kannst du ihn halt mit dem Helm ausrüsten oder ein Sauerstoffding. Oder du kannst Kaffee trinken, um Energie zu erholen. Kannst sehen, wie aufgewärmt die Torpedos sind. Und so weiter. Also theoretisch kannst du alles aus der Ego-Perspektive machen. Das können wir nicht machen, weil wir kein Funker sind. Nur ich habe irgendwie so gemerkt, dass vor allem bei den Sachen das alles so ein bisschen hapert. Also es ist halt doch besser, wenn man das Team solche Sachen macht. Das ist so diese Frage, wie früher da bei Silent Hunter. Ja, machst du jetzt die Berechnung des Torpedos? Oder lässt du das die Crew machen? Und ich war, glaube ich, immer eher der Spieler, der hat die Crew einfach die Berechnung machen lassen. Und hier ist das zur Zeit wirklich immer die bessere Wahl. Können wir die Flagge übrigens auch einholen, damit die nicht nass wird. Ei, ei, Herr Kaloi. Und sonst geschützt setzen wir den manuellen Modus. Das Flagge gegen Flugzeuge. Flugzeuge sind übrigens total schlimm. Die machen richtig schönen Wasserbombenschaden. Hier vorne können wir noch einen Scheinwerfer aktivieren. Und ja, zum Beispiel der Klaus Graf, der guckt ja jetzt gerade einfach ins Nichts. Und das Problem hast du auch, wenn du vorne am 8,8 Millimeter geschützt bist. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Was normalerweise von drei Leuten bedient werden sollte. Wenn du das nämlich abfeuerst, gibt es zur Zeit noch ziemlich viele Probleme mit der Physik. Dass das eigentlich total nutzlos im Moment ist. Also wenn du wirklich gegen... Also normalerweise ist das ein Geschütz, was ganz gut ist, wenn du gegen Schnellboots oder sowas kämpfst. Weil du da mit den Torpedos nicht viel machen kannst. Man sollte es aber eigentlich nicht benutzen. Also wir sind U-Boot. Lassen wir das Geschütz ein Geschütz sein. So. Ich muss mal eben kurz gucken, weil ich glaube, mein Chat ist abgestorben. Mit Leertasse kann man übrigens Zeitlupe machen. Was auch manchmal ganz praktisch ist. Vor allem, wenn man einen Treffer kassiert. So. Jetzt bin ich gerade am überlegen... Wie verlasse ich denn nochmal die Ego-Perspektive? Bestätigt. Ah. Links oben. Seemann. Dank besserer Navigation sparen wir weitere 10% Treibstoff und Energie. Deshalb manchmal... Ich muss wirklich aufpassen, was ich drücke. Hier oben können wir übrigens die Ziele einblenden. Dann kann man auch die Ziele, sag ich mal, mit der Kamera näher angucken. Jetzt haben wir die Übertragung verloren, aber wir wissen ja, dass die da sind. Also dass irgendwas in diesem Bereich ist. Kannst du nicht abspeichern und in der Ego-Perspektive Mist bauen? Natürlich könnte man abspeichern und in der Ego-Perspektive Mist bauen. Achso. Wir können nur speichern, wenn das U-Boot in einem Hafen liegt. Eingehende Übertragung vom Oberkommando. Ein Teil unserer Besatzung klagt über Symptome von Skor-Boot. Wir bitten verbündete Einheit in der Nähe frisches Gemüse oder Obst mit uns zu teilen. Treffpunkt 31 N 17 W. Ach, da ist ein U-Boot von uns. Jetzt. Na komm, gib mal ein bisschen Stoff. Ich glaube, ich bin zu nah an der Küste. Also ich glaube, ich muss denen was Leckeres zu essen bringen. Und im Moment schlafen alle. Können wir auch hier unten automatisch machen. Ausruhen. Dann legen sie sich ins Bett und der zugewiesene Soldat macht weiter mit der letzten Tätigkeit. Wir haben uns verirrt. Wir haben uns verirrt. Achso. Herr Kaloi? Herr Kaloi? Weil wir haben keinen am Kartentisch gehabt und deshalb sind wir verloren gegangen auf der See. Jetzt muss unser Offizier erstmal die Position wieder bestimmen. Wir sind nicht sicher, wo sich unser U-Boot zurzeit befindet. Unsere Position wird nicht dynamisch auf der Karte aktualisiert. Entsende ein Offizier zum Kartentisch, damit er unsere momentane Position bestimmt. Hinweis, du kannst bei Langstreckenreisen auf offener See ein Offizier am Kartentisch stationieren, um dies zu vermeiden. Ja, aber irgendwie will der Offizier gerade nur kochen. Bestätigt. Angebranntes Rüreei. Einige der Seeleute haben sich über die Gerichte von Erik Schwarz beschwert. Als er vom Grund meines Besuchs erfährt, zittert der Smooth vor Angst. Denn er hat beachtliche Vorräte verschwendet. Welche Strafe wäre in diesem Fall angemessen? Toilettenputzen. Auf diesem Schiff wird das Anbrennen von Rüreei sehr ernst genommen. Ab mit dir. Schrupp die Klos! Sehr wohl, Herr Kaloi. Sehr wohl, Herr Kaloi. Sehr wohl, Herr Kaloi. So. Da können wir übrigens auch angeben, dass vom Hauptlager mal ein bisschen Käse darüber gebracht wird. Zum Kochen. Daniel Lorenz. Ich glaube, der braucht... Der braucht ein bisschen. Na. Um unsere Position jetzt zu bestimmen. Sehr wohl, Herr Kaloi. Nimm mal einen weiteren Seemann dazu. Herr Kaloi. Neue Nachricht vom Oberkommando. Wir haben Informationen, dass das Frachtschiff NA1 wichtige Technologie geladen hat. Es muss um jeden Preis versenkt werden. Seine voraussichtliche Position ist 30N19W. 30N19W. Ah. Wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Schneller, schneller! Schneller! Welche Tageszeit haben wir denn? So, Ausguck ist besetzt. Ähm. Jawohl. Dann einen oben in den Ausguck. Also einen mehr. Dadurch können wir unsere Sichtreichweite um 50% erhöhen. Ach ja. Dittittittittittittittitt. Ich weiß, man kann auch einen Ping machen. Legen Sie den Kurs an! Jawohl. Willst du ein Uhr, Herr Kalloy? Schieben Sie den Kurs an. Zu Befehl. Ohne Fernglas. Sir, Fernglesermann, aus, Sir. Dieses Fernglas ist kacke, Sir. Es ist so, als wenn ich durch meine Hände gucke. Transportgruppe. Jetzt machen wir das einzig wahre für ein U-Boot. Dann kannst du hier unten einen Abfangkurs berechnen. Obwohl, da vertun die sich beim Abfangkurs jetzt. So, Klaus Graf ist am Periskop. Kohler schläft, aber ist glaube ich gerade noch in Ordnung. Und das ist echt schön, dass du das halt wirklich so verfolgen kannst. Also, beziehungsweise, dass das U-Boot jetzt auch runter geht und die Mannschaft, sag ich mal, ne, die Tanks, ich glaube, entleert ein bisschen Sauerstoff, damit wir ja untergehen. Oder flutet. Ne, ich glaube, die Tanks werden geflutet und ausgepumpt, ne. So rum war es. Wenn ich Fehler mache, ich bin jetzt nicht der Mega-U-Boot-Experte. So, jetzt baut sich unsere Sicht ein bisschen auf. Was haben wir hier für einen Bonus? Wenn wir zwei Seemänner haben, wird die Sichtweite und Zielgeschwindigkeit erhöht, sich um 25%. Und jetzt wird übrigens auch... Ah, ich habe was vergessen. Vielfältige Gerichte plus 20 Minute. Normale Beleuchtung 10%. Kocht gerade jemand? Keins so. So, Sichtbarkeit ist auf 2%. Steuermotoren machen ein bisschen Krach, Elektromotoren, Lärm durch die Oberfläche. Badarsignatur 3 cm. Sonare können uns orten. Oh nein, geht der jetzt ins Bett, der Idiot. Trink mal einen Kaffee. Du wirst so Diva, wenn du keinen Kaffee trinkst. Du gehst mal vorne an die Torpedos. Spritspar müssen wir gerade nicht, weil unsere Mannschaft natürlich sich auch manchmal ausruhen will. Man kann übrigens hier alles an- oder ausschalten. So, auf Alarmlicht umgeschaltet. Gehe den Horchraum. So, ich kann mal den Erfassungsbereich erhöhen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Hier ist das übrigens ausgegraut, weil Max mal eine weitere Person da sitzen kann. Genauso wie beim Funker. Kapitän. Jetzt sehen wir, dass wir ein bisschen mehr Reichweite haben durch das Hydrofon. Und jetzt haben wir Gefäßstation. Gefäßstation ist immer ein bisschen, also Alarm ist halt auch schlecht für die Moral. So, verlangsamen wir die Fahrt, das Frachtschiff. Und jetzt müssen wir nicht machen, wir müssen berechnen lassen, wie der Torpede abzufeuern ist. Torpedo ausrichten. Und jetzt wird halt berechnet, das sehen wir an der Prozentzahl hier unten links, wie lange die halt dafür benötigen. Kannst natürlich das Schiff auch angucken, das Frachtschiff hier. Sind auf jeden Fall ganz schön geworden, die Modelle bis jetzt, also von den Schiffen, die integriert sind. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie viele es sind. Aber ich habe Schnellboote schon gesehen, ähm, britische Bomber als Flieger. Fällt mir jetzt aber nicht ein, welche das sind, aber es ist, äh, glaube ich, diese Wasserflugzeugbomber. Da ist die NA1. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch zwei versenken, oder? Ist eigentlich Cola kacke in dem, was er tut, oder schläft er gerade? Hier unten haben wir nämlich schon 57% Trefferchance. Kann man auch andere U-Boot-Typen fahren? Ähm, man kann das U-Boots upgraden. Das ist die Frage, ob man andere U-Boot-Typen spielen, also beziehungsweise fahren kann. Und dazu kann ich gar keine Antwort geben. Also Adam Neumann ist bedeutend besser im Berechnen. 92%. 95%. Jetzt können wir es mal wagen. Ohr 1, bewässern! Ohr 1, bewässert! Ohr 3, bewässern! Ohr 3, bewässert! Los! Wir können den Torpedos auch folgen. Aber gebt mir mal bitte eine Sekunde. Weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ohr 2, bewässern! Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Rohr 4, bewässern! Rohr 2, fertig! Rohr 4, fertig! Los! Herr Kalloy! Ähm... 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag! Ich dachte, ich kann das... Aber das ist nämlich genau die Sache. Der A ging daneben, Herr Kalloy. 30 Sekunden! Ja, der Winkel ist halt kacke. 20 Sekunden! Und die merken nicht mal, dass wir die beschießen. 10 Sekunden bis Einschlag! Da, der sitzt. Aaaaaaah! Pfff! Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Blumbo, sie sinkt ihn! Sehr schön. NA1 versenkt. Und dafür kriegst du halt dann Belohnung. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag! Und da ist sogar ein Rettungsboot! Rohr 1 geladen! 30 Sekunden! Torpedo-Kurs berechnen! Und wenn die jetzt nicht großartig wechseln, da sind die Torpedoes unter Wasser. Oder? War es nur eine Welle? 10 Sekunden bis Einschlag! Treffer! Doppeltreffer! Doppeltreffer! Und seht, wie schön der in Brand gerät. Deshalb, grafisch ist das echt schon ordentlich. Ja, der geht auch richtig schnell runter. Ja, der geht auch richtig schnell runter. Diese Koordinaten setzen. Hm, Seeminen! Oh, das Schiff ist schon gar nicht mehr zu sehen. So steckt ihn erst unter mit den zwei Torpedos. Ich denke mal, der bleibt noch oben, weil du kannst halt die, äh, Container, die hier runtergefallen sind, kannst du looten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Rohr 2 geladen. Kurs setzen. Ich weiß nicht übrigens, ob man Torpedos selbst abfeuern kann. Und selbst berechnet. Rohr 3 geladen. Rohr 5 bewässert. Los! Kapitän. Das wird übrigens ein bisschen komisch manchmal, dass du nicht... Ah, nicht der Abfangkurs. Manchmal kannst du den Torpedo verfolgen, dann kannst du es wieder nicht. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Tja. 30 Sekunden. Überall Verluste. 20 Sekunden. Ich glaube, in die Richtung stehen wir mit dem U-Boot. Oh, stimmt. Da ist das, der Hecktorpedo. Entschuldigung. Das macht aber nichts. Du bist, du berechnest ja auch den Winkel auf den Torpedo. Versager. Ah, Hibbler. Der kann es leider auch versagen. 20 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Kapitän. 30 Sekunden. Herr Kaloi. Herr Kaloi. Ah. 20 Sekunden. Deshalb, das ist manchmal vom Interface ein bisschen doof. So, jetzt habe ich es geschafft, den Torpedo zu verfolgen. Das Einschlag. Treffer. Ey, du Sauhund. Ah. Minimale Schäden. Nur minimale Schäden. Ich will jetzt aber kein Schiff zurücklassen. Oh, 2 fertig. Die Crew lernt übrigens dazu. Also selbst, äh, unser Typ, der Torpedos vorne lädt, wird irgendwann auch besser werden. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 30 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Die haben übrigens auch eine HP-Bar hier unten. und hier unten gibt es auch, die evakuieren jetzt das Schiff. Die Einheit wurde alarmiert, äh, wir haben Horch-Kontakt und wir haben Sicht-Kontakt. Aber wenn die jetzt das Schiff schon verlassen hat, dann sinkt das eh. Übrigens ist ein positiver Abschuss immer hilfreich. dadurch kann es auch die Moral steigern. Also ich kann es auch die Moral steigern. Also ich kann es auch die Moral steigern. Aber ja, es ist ein etwas, äh, ruhigeres Spiel. Wenn man jetzt nicht gerade von 8.000 Feinden getötet wird. Ich glaube, ich sehe Deutsche. Sie tauchen da auf. Ja, die Pack ist, eine 8,8 Millimeter Pack ist jetzt nicht total für den Arsch. Das eigentliche Problem der Pack ist nur, dass normal, wenn ein U-Boot auftaucht, hast du halt ein Problem. Also als U-Boot. Oh, eins geladen. dann dreht mal bei. Musste ich nicht von denen. Da sind übrigens hier, äh, die Rettungsboote, die ich sehen kann. Ich denke auch mal, dass es Missionen geben wird, wo du, ähm, wo du bestimmt, welche gefangen nehmen musst. So schaltet das normale Licht wieder an. Dann schaltet man den Diesel-Kompressor an. Weil wir müssen halt darauf achten, dass wir Druckluftreserven haben fürs Sinken und Hochgehen. Der Diesel-Kompressor ist natürlich laut. Wir haben auch einen Elektro-Kompressor daneben. Was übrigens auch schön ist, du kannst halt Strom an- und ausschalten in den Bereichen, was manchmal wichtig ist. Und, du kannst, wenn ein Reich, also ein Bereich Leck schlägt, kannst du den verschotten. Abschließen. Was aber normalerweise, äh, wenn jetzt nicht gerade der Torpedoraum hier vorne und vielleicht die Mannschaftsquartiere noch getroffen werden, dass hinten immer scheiße ist. wenn der Kompressor, also, äh, du könntest vielleicht, wenn noch der Kompressorraum kaputt geht, ist also doch vielleicht okay beim Hecktorpedo, aber so, wenn der, wenn der Diesel-Maschinenraum unter Wasser ist, ist es halt schon kacke. So, jetzt versuche ich übrigens gerade mal eben neben das Schiff zu fahren und dann mal zu schauen, weil normalerweise, wir sollten es doch missionstechnisch bis am Funk. Ah ne, du bist am Horchposten gerade, Neumann. Und wieder hänge ich irgendwo fest. sehr wohl, sehr wohl, sehr wohl, sehr wohl. Ach, nur Radio Gübreiter oder Radio La Rochelle. Oberkommando können wir von hier gerade gar nicht anfunken. Hat die nicht gesagt, ich soll irgendeine wichtige Technologie von dem Schiff holen? Ähm, Also im Tutorial kannst du schon Kisten looten von anderen Schiffen. Du musst halt in der Nähe sein und dir die angucken. Hier vorne gibt es übrigens einen Taucheranschluss. Aber die haben doch sogar noch fast voller HP. Okay. Mhm. normalerweise kann ich glaub sogar, dass äh, ah, Moment ja, ja, die Leute wollen mal eben sehen, dass ich die Puck abfeuere, dann könnt ihr sehen, dass die im Moment physikalisch sehr, äh, schlecht läuft zum einen kann ich dem sagen, du darfst automatisch angreifen äh, Moment bei eben zwei, guck mal, du kannst maximal zwei Offiziere dazu holen, die dir helfen mit der Puck, kannst halt HE und Panzerbrechner-Munitionen ausrüsten normalerweise bedienen die aber drei Leute wohl weil hier unten steht nämlich, dass vier maximal ran können ach, heute hab ich den Puck mal nicht drin gestern hab ich die Puck abgefeuert und dann ist die immer in alle Richtungen gefallen komisch ach, guck mal, schönes Loch weeeuuh 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 aber schön, dass auch so ein paar Teile wegfliegen da ist keine PAX, sondern eine SAK Seeabwehrkanone ich glaube, jetzt sinkt da die haben das Schiff nur aus Langeweile verlassen sind hier irgendwo Rettungsboote ja aber hatte ich nicht vorhin Lootkisten gesehen Lootkisten, kann ich nicht hier was looten da vorne sind auch Holzkistchen nehmen Sie den Kurs an ich mach das manuell spinnt mein Hauptruder irgendwie will das Spiel irgendwie, dass ich das Ding ramme ach so nee, alles gut passt schon ist ein bisschen schwieriger als mit dem Fahrschulwagen zu wenden Kurs auf diese Koordinaten setzen Hallo Briten da, Holzkiste und die kannst dann öffnen guck mal, da sind Fischkonserven es ist natürlich total umständlich hm, nur Fischkonserven das sind also die technologischen fortschrittlichen Sachen die auf diesem Schiff waren hab ich da eine Kiste auf ich hab glaube ich aus Versehen eine Kiste unter ach nee, das ist mein Decklager töte sie ich weiß nicht immer, ob ich das Schlauchboot kaputt machen kann ah, jetzt hab ich wieder das Problem mit der Physik und jetzt hängt das Geschütz auch fest jetzt kann ich das nicht mehr bewegen deshalb deshalb es hat noch so vor allem ich glaub das 8,8mm Geschütz hier oben drauf hat noch so ein paar Probleme um die es sich zu kümmern gibt oder es ist wirklich so gewollt dass wenn du allein an dem Geschütz bist und das abfeuers dass das halt nicht gehalten werden kann aber es steht da beim Geschütz unten drin so ein paar Boni aus zum 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 Moment mal, ich versuche jetzt noch was anderes, ich besetze mal das Geschütz nochmal, du darfst ruhig mal schlafen gehen, weil normalerweise, wenn ich das Geschütz besetze, es tut mir leid, 8,8 Zentimeter natürlich, kann ich dem sagen, Feuer auf Schiffe. Das ist gleich das Schiff, was wir hier vorne haben, das ist nur ein Schiff, das haben die halt das Schiff verlassen. Aber lass gut sein. Setz dich lieber am Kartentisch und dann machen wir uns mal vom Acker. Weil wir auch noch gar nicht im Patrouillengebiet. Also unsere Aufgabe wurde halt unterbrochen vom Oberkommando. Hoffen wir mal, dass eure Kameraden euch abholen irgendwann. Ei, ei, Herr Kalloyd. Ei, ei, Herr Kalloyd. Ei, ei, Herr Kalloyd. Können wir noch 7800 Kilometer fahren, mit dem aktuellen Spritverbrauch. Dauert jetzt ein bisschen, bis wir außer Reichweite sind, dann können wir das wieder beschleunigen. Es ist ein 880 Millimeter. Und nein, wir werden jetzt nicht abtauchen, weil abtauchen, das U-Boot ist eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, lange unter Wasser zu sein. Da der Sauerstoff hält, finde ich, ich glaube für 2 Stunden in etwa. Tick, 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 tick. Versuche mal ein bisschen schneller wegzukommen. Ähm, du darfst dich mal ausruhen und der Cola geht jetzt an den Kartentisch ran. Tick, 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 tick. 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 Äh, normalerweise sollte der Dieselmotor automatisch wieder laufen Ach, stimmt Entschuldigung Mein Fehler Deshalb waren wir so langsam unterwegs Aber danke, Bacher für den Hinweis So, Patrouillengebiet erreicht Vielleicht sind meine Offiziere auch alle ausgeruht Achso, ich kann jetzt nicht direkt auf den Punkt setzen Ich denke die ganze Zeit so Warum kann ich da nicht klicken Ah, sehr schön Mit F1 bis F3 kannst du auch Ich habe gerade so überlegt, wie könnte man denn die Kameras umschalten Das ist F1 bis F3 So Ich glaube, habe ich die ja vorne nicht schon gesehen Ah ne, ich sehe nur den Punkt Ja, ja, Wasser Der Graf, der geht jetzt mal in den Ausguck Nehmen wir zwei Leute mit hoch Neumann, gehen wir in den Funkraum Und Loris Geh ruhig an die vorderen Torpedor Obwohl, wir haben keine mehr zum Laden Der wird also nur Wartungsarbeiten machen Und Albert Vogel hat irgendwas gemacht Schon wieder angebranntes Rührei Toiletten putzen Angebranntes Rührei ist eine gefährliche Tat Kontakt Typ 7C Bericht senden Oh mein, Schattel ist glaube ich schon wieder gestorben Die Handbewegungen helfen dir in Zukunft mehr die Pfanne zu schwenken Nehmen Sie den Kurs an Neue Missionen in der Nähe Wir können unsere Leute zu nahegelegenen Missionen schicken Ja, das wollen wir mal gleich sehen Wem würdest du das Spiel empfehlen? Ich würde das Spiel eigentlich allen empfehlen Die früher Silent Hunter gerne gespielt haben Auch wenn es nur Anleihen hat von Silent Hunter Und die Crewmanagement-Geschichte Ein bisschen irritierend ist Weil es bei Silent Hunter halt anders war Du kannst hier auch, wenn die Moral unten ist Kriegen deine Crewman Panik Und du musst als Offizier manchmal einen Crewman erwürgen Laut Wiki Sauerstoffvorrat und die Alkali-Patronen ermöglichen Bei einer Besatzungsstärke von 37 Mann 72 Stunden unterbrochen unter Wasser zu bleiben Ja, ist hier nicht so Du kannst zwar Oh Moment Ich muss ja auch mal anhalten Langsam U1274 hat ein Notrufsignal gesendet Sie brauchen Nahrungsmittel von uns Es wäre also gut, wenn wir sie einpacken Bevor wir uns mit ihnen treffen Vorausgesetzt, wir wollen ihnen helfen Oh Ich glaube, ich habe vergessen, ihm jetzt Nahrungsmittel mitzugeben Herr Kaloi Herr Kaloi Sehr wohl, Herr Kaloi Sehr wohl, Herr Kaloi Ja, ist ja schön, dass der jetzt da drüben irgendwie untersucht Ja, ist ja schön, dass der jetzt da drüben irgendwie untersucht Pass mal auf, gleich kommt keiner zurück Ah Ich glaube, äh, mein netter Kerl kommt nicht rüber, weil ich dem keine Lebensmittel mitgegeben habe Ah, jetzt glaube ich Ich habe ihn kaputt gemacht Da, er steht da im Wasser Da, er steht da im Wasser Tja, doof Tja, doof Ja, Kaloi Jawohl Kohler, warum bist du tot? Man kann keine Leine dahin schießen Äh, ich denke, wir werden einen Seemann verlieren Was soll ich denn machen? Er kommt halt nicht mehr zurück Was ich noch versuchen könnte, ist Kommt er jetzt zurück? Auch nicht Jetzt ist er wieder auf dem U-Boot Ich glaube, das haben die nicht berücksichtigt, dass jemand vergisst, äh, den Kram darüber zu schicken Vor allem fahren die einfach weiter Was jetzt nicht so nett ist Mit meinem netten Hilbert Kurs auf diese Koordinaten setzen Äh, bop, 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 bop Die Person ist beschäftigt Sie kann nicht zurückkehren Ach, und dabei wird er jetzt sogar verbessert Dem fehlt noch ein bisschen EP Sie haben 10 Nahrung übernommen Und den armen Seemann Leitender Ingenieur Ja Dann fahren wir unsere 2000 Kilometer Der Eindruck ist, es ist natürlich buggy Hä, kleiner Trupp hinter mir Ach nee, das ist das U-Boot Boah, verfolgt mich doch nicht Ich will hier meine Patrouille fahren Dann fahr ich halt in die andere Richtung meine Patrouille Außer Reichweite So viel dazu Gibt's noch irgendwas Sinnvolles hier zu tun auf offener See Außer in Bugs zu sterben Ach, ich glaub, er hat sich geportet übrigens Ich weiß nicht, wie der im Ausguck drin Immerhin das Es ist auch nicht die Release-Version Es ist die Early-Access-Version Ich möchte das bitte bedenken Es wird ein Spiel, was wirklich im Early-Access noch Bugs enthalten wird So, das wäre das Oberkommando jetzt von mir Und immer noch außer Reichweite Ach nee, stimmt gar nicht Er ist weg Wir haben den Seemann verloren Kurs auf diese Koordinaten setzen Kurs auf diese Koordinaten setzen Kurs auf diese Koordinaten setzen Naja, wir haben uns verirrt, weil jemand im Ausguck sitzen muss. Es tut mir sehr leid. Wir können natürlich den Torpedo-Mechaniker. Ne, das wäre Quartiermeister zum Arzt, aber es bringt mir alles nichts. Oh, doof. Wir sollten aber auf jeden Fall auf Seerohrtiefe gehen, auch wenn Flugzeuge... Ach, die feuern. Übrigens feuern die super früh auf einen. Die feuern auch auf einen, wenn man unter Wasser ist. Mit den MG. Das ist auch noch so ein Fehler, der mir aufgefallen ist. So, ich ermahne dich nur, weil du hast irgendwas da gemacht. Zu Befehl. Oh oh. Ja. Ah, Hilfe. Steuerung. So, West versucht hier schon das Loch am Rumpf zu flicken. Du kannst mal sofort die Pumpe einschalten. Äh, unser Funker muss mal wechseln zum Arzt, sonst stirbt nämlich Mannschaft jetzt. Die müssen nämlich versorgt werden. Da ist einer gestorben. Der liegt in seiner eigenen Blutlache. Erledigt. Schaden repariert. Leute, ihr müsst hier überall raus. Leute, das ist vielleicht nicht die beste Idee, in den Räumen zu bleiben, die überschwemmt sind. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, in den Räumen zu bleiben, die überschwemmt sind. Oh oh oh. Man hätte auch die Zeit ein bisschen verlangsamen können. Ja, doof. Ich denke, so werden alle sterben. Oh, wir sind auch ein wenig, äh... Wir haben keinen Auftrieb mehr. Kritsche Tiefe. Ja. Elektromotor, Türschaden. Sehen wir ja, sind im kritischen Zustand. Ich würde sagen, dass der Felix West und der Leo Loris hier hinten tot sind. Das ist kein kritischer Zustand mehr. Ja. Wir wurden durch den Druck zerstört. Kein Überlebenden. Alle Offiziere sind ertrunken. Boot müde. Boot muss schlafen gehen. Ja, meine Fehler waren jetzt, ich habe keine Zeit verlangsamen nach dem Treffer. Mit Leertaste kannst du das normalerweise machen. Und irgendwie, manchmal ist das mit der Steuerung noch nicht so 100% optimal. Aber es ist halt... Es ist halt noch die Preview-Version. Hier sehen wir, 23. April wurde das letzte Mal aktualisiert. Also kann man mal jetzt schauen, was kommen wird, wenn es jetzt rauskommt. Story-Modus soll 20 bis 80 Stunden umfassen, je nachdem, wie man es gibt. Ja. Story kommt also auch noch. Aber das weiß ich gar nicht, ob das zum Early Access Release die Story schon implementiert wird. Weil das Spiel hat ja noch so ein paar andere Sachen. Aber auf jeden Fall, ich finde es halt einen interessanten Titel. Wenn sie noch so ein bisschen die Steuerung bis... Also feiner hinkriegen auch. Dann ist es halt schon eine coole Sache. Die Version jetzt hier ist die, äh... Eigentlich die Kickstarter-Version. Und die ist jetzt noch nicht. Ich glaube, man kann sie im Moment nicht kaufen. Man muss halt noch warten bis Ende April. 31. April kommt es dann auch auf Steam Early Access. Aber es hat halt ein gewisses Potenzial. Und wenn wir eigentlich ehrlich sind, Silent Hunter war ja auch nie Bug frei. Dagegen ist das noch ein super Zustand. In dem Sinne. Wenn nochmal, wenn der Early Access startet, dann werden wir nochmal reingucken. Beziehungsweise ich werde es jetzt immer so ein bisschen spielen und werde mich mal ein bisschen zum Profi machen. Weil ich finde das schon... Ich finde es selbst für mich interessant. Weil ich früher Silent Hunter gerne gespielt habe. Oder am 30. April kommt es. Und, ähm... Deshalb will ich da... Will ich gerne, dass es ein gutes Spiel wird letztendlich. Weil so die Idee, dass man, sag ich mal, Aufträge vom Oberkommando annimmt und... Ähm... Und dann, sag ich mal, Prestige damit und so weiter. In diesem Sandbox-Mode. Das finde ich halt schon eine ganz coole Sache. Und vielleicht das U-Boot optimieren kann. Und vielleicht die U-Boot-Klasse leicht verändern kann. Das Spiel kommt jetzt am 30. April raus. Und soll dieses Jahr dann fertig entwickelt werden. Deshalb mal schauen. So. Jetzt war ich aber Ende der Aufnahme für YouTube. Ich hoffe, es hat gefallen. Ist ja so gesehen angespielt.